So, da bin ich wieder. Es steht mal wieder ein Random Hero an. Nach dem fulminanten, unglaublichen Spiel mit Kerrigan geht es weiter mit einem Zufallzelden und da fällt mir gerade was ein. Mal kurz hier was wegstellen. Hat nämlich gerade noch gespeist, damit hier nicht irgendwelche Missverständnisse aufkommen, was hier denn so rumklappert. Ähm, ja, 3er Team und ein 2er Team gegen nur ein 2er Team. Danke schon mal dafür, Blizzard. Aber was kann ich denn bekommen? Sieht wieder nach einem Tank aus, oder? Gott sei Dank haben die keinen Heiler. Zwei Tanks haben die, eins haben dafür wieder drei Assets. Ach, das gibt's doch nicht. Naja, schauen wir mal, was geht. Ein Tank oder ein Tank? Diablo! Ach, du Scheiße! Ein Diablo bekommen! Gegen dieses Team? Hm, naja, wir könnten es schaffen. Diablo, worauf spiele ich denn? Teufelszwerg? Ich könnte mal was anderes ausprobieren, ne? Die Lebensregeneration? Um 3 Prozent. Nice. Gegen das Team? Ich muss eigentlich schon fast Blocken spielen. Hm, eigentlich spiele ich immer gerne Teufelszwerg. Aber ich möchte mal was anderes probieren. Mal auf die Lebenspunkte spielen. Ich fiel mal mit Seele mal. Mal gucken, wie das ist. Für mich das einfach mal ausprobieren. Dafür ist das Quick Match ja da. Ein paar Sachen zu testen. Jetzt sagt, spiel doch die KI-Matches! Könnte ich natürlich auch machen. Aber da hat man nicht wirklich eine große Herausforderung. Das müsste zugehen. Okay, Bitch. Okay. 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 Ich muss die sehen, wir kommen auch 100 Stück Lebensregeneration um 100% erhöhe, oder? 3% Achso, das ist nicht das, was ich machen wollte. Halt! Lass mich durch! Das war knapp. Ich geh mal lieber zurück. Schau ich über den Quatsch machen. Ja klar, zumindest ein paar Seelen gesammelt. Das ist ganz gut. Die Türme machen die dann doch ein bisschen schneller kaputt. Oh, kleine Abba-Tur. 21 Seelen, das geht besser. Gewährt Lebenspunkte und Mana, wenn Gegner in der Nähe sterben. Erzeugt Passiv Seelen alle 4 Sekunden. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Okay, ich geh runter. Sind wir mal ein bisschen gepennt? Weil ich war unmittelbar. Verarmung wollte ich, oder? Oh, das sind die Komma nicht. Da habe ich ein bisschen gepennt. Da bin ich zu spät gekommen. Und Lunara auch. noch eins. Da geht er drauf. Nein. Schade. Ab 50 Seelen bin ich schon. Ja. Da war es ein bisschen greene. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt? Das ist ein Befehl. Okay, jetzt haben sie nichts. Vielleicht doch nicht. Okay, lassen wir das mal. Wollen wir den Lebenspunkt der Wohnung von Schwarzer Seelenstern? Warum nicht? Seelenraub. Man könnte auf den Seelenstern spielen. Geht das? Okay. Ich geh mal runter, weil ich nämlich die Befürchtung habe. So, obwohl. Ne, die war doch nicht. Jetzt habe ich alle Seelen. Guck mal, das kann ich auch nehmen. Ich bin eurer lächerlichen Streiterein überdrüssig. So, gibt es da noch ein Talent mit dem Seelenstein? Apokalypse? Tatsächlich. 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 Ich mach zwei da. Oh fuck, jetzt muss ich aber nicht machen, ey Okay, immer wieder zurück Illigan hat keine Lust mehr mit uns zu spielen, doch Ich geh mal hier hinten hin Lunara draufgegangen, die pushen da oben, obwohl die könnten wir sogar töten Vielleicht schafft es Illidan, ich werde aber mal hier unten das Board aufhalten What the fuck Oh, komm hier vorbei Oh, das war gut Ah, schade Ah, ich komm zumindest wieder Jetzt werde ich wieder siegeln Ja, einmal bisher gestorben, ich geh mal in die Midland Ich geh mal in die Midland Oh mein Gott Das war unnötig Fühlt sich sehen, habe ich schon wieder Interessanter Bild auf jeden Fall Mal gucken Jetzt muss ich leider warten, dass ich keine 100 Seelen habe Ja, das sieht nicht gut aus Mal gucken, was da noch kommt Zauberstück ist vielleicht noch nett Ja, so Ja, wir haben nicht wirklich Einen DPS Ja, wir haben nicht wirklich Einen DPS Zwanziger Talent Ja, wir haben die Wahl Hm Hm Ehm 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 Ok, das haben wir auch nicht gesetzen Ja, danke für die Hilfe Ja Ja, lieber quatschen Statt einfach mal das Tribut zu holen Puh Ok, ok Wenn die nicht wollen, dann will ich auch nicht spielen Ist das schlimm geworden, ey Das ist echt schlimm geworden Random Hero kannst du echt vergessen Da gewinnst du gar kein Spiel mehr Muss mal gucken, dass ich das vielleicht weniger mache Ähm, vielleicht nur noch einmal unter der Woche Das Das wird einfach nichts mehr Unglaublich nicht schlecht Ja, spiel, ja gut Da komme ich leider zu spät Ja, gut Da komme ich leider zu spät Das ist nicht so mein Bild Ich weiß nicht, sie können 16% Lebenspunkte Lebensentzug wäre doch gar nicht mal so schlecht Ja, unser Damage steht wirklich... Na gut, wir sind eigentlich doch ganz gut mehr oder weniger dabei Gehen wir mal hoch 1,90 Seelen Ok, die haben den Alamboss gemacht Dann sind die wenigstens jetzt erstmal weg Ich war ja gerade in der Kombination mit Abatour Ich habe wieder vergessen zu erwähnen, warum ich was geskillt habe Es tut mir leid Leute, ich muss mich erst mal dran gewöhnen Und erringt meine Gunst Äh, warum gehen wir da nicht hin? Bin ich wieder alleine? Na gut, wenn die nicht wollen, dann will ich auch nicht Was ist denn das für eine Selbstmordaktion? Ja, jetzt hab ich ihn da raus geholt Ja, jetzt hab ich ihn da raus geholt Oh f**k wieder nix geworden schade ich hab versucht jetzt ein bisschen länger im teamfahrt zu bleiben aber ich bin jetzt nicht so ein bild der mir zusagt feuerringe, zweite aufladung, haben die denn viel angrufskraft? eigentlich nicht naja das sieht nicht gut aus, wir machen ja auch nie camps, das ist auch überall nur rot, kaum irgendwas hier zu sehen okay, das ist mal richtig gut da, ah, weggesnackt, ja, kann ich schon aus ja, okay, das ist eine richtig miese Kommus, Raya hat keine Lust mehr tja, was soll man dazu sagen, ähm, die Leute sind gierig ohne Ende aber, äh, deswegen sollte es halt nix irgendwie gebacken, ja, es war halt keine Lust mehr ja, war auch kein absolut mega gutes Spiel von mir, ich hab's halt mal ausprobiert wir haben halt wirklich keinen Fokus, die muten uns halt einfach weg xvoo hat immer oberste Priorität, Leute Oh mein Gott, wir haben was geschafft. Ich hab sechsmal, ja. Also Teufelswerk ist immer noch das, was ich am liebsten spiele. Was könnte man denn noch spielen? Auf Unterwerfen spielen? Das wäre auch mal nicht schlecht. Die Dauer von Beeinträchtigungen. Kann man jetzt bitte mal Camps machen? Das wäre echt mal nett. Aber wenigstens einer, der sieht, dass ich Hilfe brauche. Ja, das ist nicht das beste Diablo-Spiel aller Zeiten. Er ist auch nicht mal so stark wie früher, habe ich das Gefühl, durch den kleinen oder feinen Nerve, den er bekommen hat. Oh, sie haben super geklickt. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt passt er bloß aufs Raffall. Ich schümmelte bei allen Leuten. Juhu. 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 Jetzt wird die blöde Fitch da oben. Ähm. Oh fuck. Juhu. Die sind das wieder. Ich mag kurz zurückgehen. Ich bin jetzt fast so viele Lebenspunkte, die schon geil im Early-Game. Aber das nutzt mir halt auch nicht viel. Okay, das ist ein Niveau. Okay, das ist ein Niveau. Okay, die wollen den Boss nicht machen. Okay, jetzt doch. Jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen, es ist zu spät. 8000 Lebenspunkte. Okay, das ist ein Niveau. 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 Okay. Schaut euch diesen Gearschlund schon wieder an! Aber vielleicht schafft das noch Was macht er denn da?! What the fuck? Er denkt auch ihr ist unschwerlich oder? Oh oh! Weg 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 weg! Uuuuhhh! Wieder mal zum Breeding! Um 2 zu 2 können wir einigermaßen noch leben! Oh oh! Machen die echt den Bass? Jetzt glaube ich kaum dass sie den Bass machen! Geh mal gucken! Ne machen sie nicht! Okay wenn wir das Camp da hinten gemacht! Na ja mit der Angriffsgeschwindigkeit ist schon gut! Weil ich dann auch Lebenspunkte mehr regeneriere! Oh fuck! Da kommen ganz schöne Quickwellen jetzt auf uns zu! Die wollen das Spiel jetzt beenden! Ist klar! Das Ende ist nah! Oh oh! Sind die vielleicht unten? Ja die sind unten! Ah wir haben nur das Hardcamp gemacht! Alles gut! 2 zu 1 Tja! Zurück! Das Tripput sollten wir jetzt lassen! Ja tatsächlich! Die geht zurück! Oh die geht zurück! Oh jetzt machen sie den Bass! Oh! Die geht zurück! Helft ihm, helft ihm, helft ihm, helft ihm. Er ist da unnötig reingerannt, er ist da unnötig reingerannt. Helft mir doch! Man, alleine kann ich da nicht reinrennen. Tut doch was! Wir müssen es versuchen. Nur EINER gestorben? Okay, das ist natürlich bitter. Ah, scheiße. Kann ich vergessen. Ja, das war's. Weil er da unbedingt nach vorne laufen musste. Und unsere beiden Vollidioten hier, Lidan und Lunara, mussten erstmal ne halbe Stunde nix tun. Äh, was war's. Ah, ja. Schade. Ja, es war, er steht da durchrum. Ähm. Naja, ich hab mal ein bisschen was anderes probiert mit ihm. Oh, oh, das war blöd. Haha. Ja. Ja. Wenn man so'n großen Schwanz hat wie, äh, wie Diaro, dann kommt sowas mal vor, dass man blöd in die Stecken bleibt. Was könnt ihr jetzt verstehen, wie ihr wollt? Boah! 10%! Hammer! Ja, das ist schwierig. Und spielen hier die Viecher so um die Ohren. Ja, wir müssen da, wir müssen da auf jeden Fall hin. Aber das sind halt zu viele Creeps. Was? Naja, ich helfe ihm mal. Haha. Ach, überhaupt nicht. Na, jetzt waren sie das Tribut und dann ist die Sache erledigt. Das war's. Schade. 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 Ah, mal ein bisschen was anderes ausprobiert mit Diablo. Das ist jetzt kein Bild, wo ich sagen würde, ja, okay, äh, her damit. Ah, zumindest ist mehr verteidigt, der Schaden war jetzt auch nicht so schlecht. Hm. Na gut. Na gut. Aber ich würde sagen, sehen wir uns zur letzten Folge wieder. Dann gibt's einen Tank. Also, bis dahin. Ciao. Ciao.